hallo und herzlich willkommen zurück hier bei der kampagne von bo3 wir machen jetzt natürlich an der stelle weiter wo wir aufgehört haben wir sind mit hendrix jetzt hier unten in dem unterwasser denkst gelandet wir waren ja vorhin hatten wir diese gegner getötet dann sind wir glaube ich ja irgendwie ja jetzt hier heute wasser und jetzt laufen wir von hier aus halt oder schwimmen in dem falle jetzt einfach mal weiter lang und gucken mal wo wir landen also in der letzten folge beim ende da habe ich einen totalausfall gehabt vorne also da war ja alles andere als schön was ich da gelagert habe aber gut so was kommt vor freunde also man ist ab und auch noch mal neben der spur ein bisschen dann ist auch kein problem so machen wir mal bumm 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 zack alle weg läuft alle sind nicht weg aber größtenteils sie für glühwürmchen so laufen wir mal hier drin und gucken mal was hier drin abgeht nichts gutes kommt mich gerade an der stelle gar nicht mehr dran erinnern voll komisch aber so ist er solange es hat noch gar nicht her und ich habe schon vergessen was ich hier machen muss das ist ja nicht traurig du bist doch kein gegner für mich du bist doch kein gegner für mich so bumm renn mal weg du sau so einfach auf die großen onkel auf den großen onkel geschossen auf die großen onkel das ist heute schlimm mit mir ja du was ist denn da los da oh 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 schlimm schlimm heute wieder schlimm 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 heute wieder wir beenden unsere patrouille in deckung zurück aber das gehört dazu ja ich habe ihn er geht auch ab hier mit seinem g ich habe einen von hinten wer schießt da ja 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 noch mal runter reicht nicht ne moin mäuschen ich hatte doch gesagt oben bleiben Oha, Freunde Ich glaube, ich habe ein bisschen Hunger jetzt gerade Ich muss nachher erstmal was essen noch Das ist gar nicht gut Aber so ist es ja, ne? Ah, wir hatten gestern zwölf Stunden Zwischen auf jeden Fall bei Twitch Von 15 bis 3 Uhr Ich weiß, das ist ein bisschen hart, aber Wir dachten uns, Freunde, zum BO3 Es ist Doppel-EP am Wochenende, Multiplayer Und wir dachten uns, wir machen das Und nach einer Stunde haben wir es bereut Weil du wirklich, wie gesagt, habe ich in der letzten Folge von schon geredet Eine halbe Stunde brauchst du, um eine Lobby zu finden mit vier Mannen Und das fackt auch megamäßig ab Aber gut, das ist der Multiplayer halt Und tja, was ich dazu sagen Ist leider so, ne? Das ist ein bisschen doof, aber es ist leider so Der, was ist denn da, Lose? Also, Kay, was tun wir Mehr kann ich dazu auch leider nicht sagen Das ist leider so Alter Freunde, Alter Da hängen da echt gleich, ne? Ekelhaft, Junge Den Fakten nach Haben sie denn hier gemacht, Fabrich? Was haben die für fickt noch mal hier gemacht? Da gibt es keine Überlebenden Kay, näher an uns dem Kommunikationsrelais Es ist schwer verteidigt Ja Was ist denn da los? Alle down jetzt da? Sieht nicht da noch aus, ne? Oh mein Gott, da da Oh mein Gott, da da Hier die Geschichte Haken hat der Kopf abgerissen Der ist die, ne? Der sieht Freunde Ich weiß nicht, ob ihr Shooter kennt Äh, äh, der ist auch ein Livestream Und dieser Typ hier Dieser Handels Der sieht voll auf die Shooter, Freunde Kommunikation wird ausgeschafftet Ich weiß nicht, ob ihr den kennt Aber Voll Ähnlichkeit Also, kein Plan Sie ist voller 54 Immortals Sende neue Koordinaten auf euer Hand Auf dem Weg Sind wir fertig? Bescheuert, aber Ich finde, der hat voll Ähnlichkeit mit dem er Let's big go einfach nur bescheuert Aber der hat wirklich Ähnlichkeit mit dem Typ Äh, ist einfach so Wenn ich bescheuert bin Ja, dann können die mir das in die Kommentare schreiben Aber ich bin wirklich der Meinung Dass der aussieht wie der Typ ist Einfach so Ausrüstung wählen, ja Ausrüstung wählen, ja So, was ist denn los hier? Weil die beiden fertig sind, zwei Totentäubchen hier Was sollen wir tun? Ihr könnt später auch noch vögeln Wir wollen das hier erledigen, Freunde Mann, 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 du Nee, Spaß Ach, geht doch, Mensch Dass man immer erst meckern muss mit den Leuten von heute Nein, 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 nein Keine Nähe an sich Direkt voraus Ihre KLS müssen resetten Schalten wir sie aus Ja Down 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 Boom Weg, die Sau Weg, die Sau Weg, die Sau Weg, zack Weg Weg Und fertig So, und gehen wir mal runter hier Dann kommt hier was Neues Glaube ich Na, wo ist er denn, die Sau Da kommt er Feindlicher Kriegser Der wird ein bisschen nervig jetzt Aber ich denke mal, da habe ich auch schnell im Griff Geht, der wecktre Estamos Oh, der fette Drecksviese Die will auch nicht daunen, oder? Jetzt ist die Drecksau daunen, oder? Mit dem Dreckschwein. So, dann rupt mal die Luke auf hier, damit wir weiter können, Minister hier. Minister! Kommt der. Ach ne, da bist du erst heilgemaggert hier. Wo bleibt denn der? Hey, schau mal. Muss ich mich rollen, oder? Was ist das wieder für ein Trick hier? Was ist denn los mit dir hier? Hier ist doch nichts, oder? Was ist denn mit ihm los hier? Na! Was ist denn mit ihm? Da hast du den Schuss nicht gehört, oder? Lauf doch mal da zu Tüme, oder was? Ist der bescheuert, oder? Was? Sind die alle bekloppt hier? Na Freunde, irgendwie habe ich hier gerade einen Parkfeed aus wie der. Er hat einfach keinen Bock, oder? Nö, er hat keine Lust, die Sau. Meine Fresse, du. Musst das machen, Freunde, wenn er keinen Bock hat, hier irgendwas zu machen, der Pisser. Alter Schwede, Junge. Kann ich den ganzen Mist nochmal machen, ne? Alter Junge, ey. Alter Schwede. Feinde nähern sich! Direkt voraus! Ihre K.L.s müssen resetten! Schalten wir sie aus! Was? Digga. Oh, aber hier. Mein Gott, Alter. Komplett auf dem Sack hier. Er packt da rum, aber ich kann das immer noch nicht verstehen, ne? Was? Feindlicher Kriegswerb! Verstärkungen auf der Straße! Oh, oh, jetzt aber hier. Geht das nur jetzt, halt mal hier? Ja, jetzt mal hier? Ich hab mir wieder keinen Bock. Ach, jetzt hast du Lust die Tür aufzumachen, Wichser. Oh, das geht mir voll auf den Pesser, ne? Sorry Leute, aber es wird etwas nerven, weil ich keinen Minibug sehe. Mann, 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 Mann. Er wird immer leicht nerisch. Hatte es jemand eilig? Kane? Vielleicht 54 Jahre der Er-Explosion. Was macht die Luke auf jetzt hier? Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen. Das geht doch diskutieren hier immer noch stundenlang. Wir haben noch keine Zeit hier, ne? Oh, ne, was war hier denn jetzt? Irgendwas Beschissenes. Hingehender. Um, die Granate ist weg. Oh. Oh, mal gucken, was hier drin ist, ne? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los. Sie macht das ganz cool hier. Jo, ich mach mal hier ganz bestimmt die Tür auf, ne? Sie strömen über sie wie die Fälle des blauen Ozeans. Lassen Sie sich ein. Mein Gott. Digga, was sind da los, Alter? Ekelhaft, ne? Nase ab, orenhaft, ne? Auge raus, ne? Ach, schon ekelhaft, ne? Was zur Hölle? Ist das kein? Nein. Ich suche gerade. Bäh? Ah, schön ist nicht, oder? Ekelhaft, junger. Mann, 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 Mann,, Alter. Die hat so leicht wegschliegen, die Bosen. Ganz ehrlich gesagt, das ist doch alles andere als Schirriner, der Anblick. Oh, oh, oh. Oh, haben sie die ganzen Sachen noch gehackt hier? Das ist nicht gut, oder? Und der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation so, Freunde, wenn der Dialog vorbei ist, dann denke ich mal, werde ich auch nachher die Folge beenden. Wenn das so lange dauern sollte. Wir sind nämlich schon wieder fast an unserer Zeit angekommen hier. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von ihnen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow Abkommen. Das war John Taylors Team. Glaubst du, sie sind für die Morde verantwortlich? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Na, so lebt das. So lebt das. So, die Mission scheint fertig zu sein jetzt. Wir gucken mal, was noch passiert hier. Ob wir jetzt zurückgesporn werden in unsere Hütchen hier. Und dann würde ich sagen, war das dann auch für die Folge, aber noch ist nicht so weit. Ah, ist vorbei die Geschichte. War klar. Da haben wir zwei Teile gefunden. So, und dann gucken wir mal, was passiert hier. Ja, und wir sind wieder bei unserer Bude. Also würde ich ganz einfach mal sagen, Freunde, ich beende die Folge hier. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.